Hallo zusammen, mein Name ist Nick. Ich mache die Lehre als Fleischfachmann auf Fachrichtung Fredlig bei der Metriere Jänzer in Abelsheim. Neben meiner Lehre als Fleischfachmann absolviere ich auch noch die Berufsmatur und ich habe dann die Möglichkeit, an einer Fachhochschule ein Studium zu machen. Im Betrieb lehre ich das Praktische zu arbeiten und dann in der Berufsmatur könnte ich spezifisch lernen, wie man dann zu einem Betrieb führt mit Buchhaltung, Marketing, Wirtschaft und Arbeit. Die Lehre, die ich mache, ist ganz vielseitig. Ich sehe vom Zerlegen vom Tier und das Wursten bis hin zum Kundenberuhrt den Bladen alles. Und das macht die Lehre so spannend. Wenn auch du gerne zu arbeiten und doch schulisch gefordert möchtest werden, mach doch eine Lehre mit Berufsmatur.